Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, auch bekannt als Mr. T. Heute zum Thema bzw. gehe ich heute auf einen Wunsch ein von verschiedenen Fans und Usern bei YouTube, Facebook und Google Wurst natürlich. Und zwar geht es um die Thematik Low Carb Ernährung. Also Low Carb ist natürlich in aller Munde und es wird natürlich häufig darüber gestritten, was ist gut, was ist schlecht. Da gibt es die sogenannten High Carbler, die Low Carbler, die natürlich alle auf ihrem Standpunkt beharen, dass es eigentlich das Beste ist, was es auf der ganzen Welt gibt. Ich muss dazu bemerken, dass es hier natürlich einen Haufen Fehlinformationen gibt und es geht schon mal los, dass Low Carb kein No Carb ist. Leider wird von vielen High Carblern das Low Carb als völlig idiotisch dargestellt und natürlich als nicht tauglich. Das ist so nicht richtig und zwar Low Carb. Ich versuche natürlich jetzt auch so wenige möglich Fremdwörter und medizinische Begriffe zu benutzen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil wir natürlich viele Zuschauer haben, die mit der Thematik jetzt noch nicht so konform sind. Genau deswegen versuche ich natürlich hier das Ganze in so einfach wie möglichen Worten zu fassen und auch in so einfach wie möglichen Beispiele. Und zwar in Low Carb definiere ich persönlich einmal, dass man natürlich sich Gedanken darüber macht, wie viele Energielieferanten in Form von Energiespendern, zuckernastig, das heißt eben die Lebensmittel, die man als Kohlehydrate bezeichnet, benötige ich tatsächlich. Dafür ausschlaggebend, wie viel dieser Energielieferanten ich benötige, ist natürlich einmal ein Schlüsselfaktor, die Muskelmasse, zweitens das Berufsbild, drittens das Training bzw. Trainingsvorhaben, wo möchte ich überhaupt hin und natürlich die grundsätzliche Stoffwechselveranlagung. Lassen wir mal die grundsätzliche Stoffwechselveranlagen außen vor, die kommt in einem anderen Clip dran, gehen wir jetzt einfach mal davon aus und bezeichnen die Kohlehydrate, die wir zuführen. In der Low Carb Ernährung sollten die Kohlehydrate, wenn möglich alle, von glykämisch niedriger Last sein. Die glykämische niedrige Last ist folgendes, wenn ihr was in Form von Kohlehydraten esst, in Form von Brot, in Form von Nudeln, in Form von Kartoffeln, in Form von allen möglichen Süßspeisen. Läuft es in euch folgendermaßen ab, ihr esst es, ihr zerkaut es und in eurem Magen-Darm-Truck, bzw. eurem Darm, wird es zerlegt zu Zuckereinheiten. Umso schneller dieses Lebensmittel, was ihr verzehrt, im Körper zu den kleinsten Zuckereinheiten zerlegt werden, umso mehr Zucker kommt pro Zeit im Blut an. Und genau das ist der Wert, wo man dann sagt, glykämisch hohe Last, glykämisch niedrige Last und in der Low Carb Ernährung sollten, wenn möglich, alle Kohlenhydrate von glykämisch niedrigster Last sein. Das wäre schon mal hervorragend, da haben wir schon mal einen Schuh in der Tür. Wenn wir dazu noch darauf achten, dass die Kohlenhydrate, die wir zuführen, so natürlich wie möglich bleiben, das heißt, dass wir natürlich so wenig wie möglich raffinerierten Kohlenhydrate zuführen, das bedeutet schon mal, dass sie in der Regel schon mal eine glykämisch niedrige Last aufweisen, dann sind wir schon mal ganz vorne mit dabei. Wie viel Kohlenhydrate dann von dieser glykämischen Last zugeführt werden, ist natürlich abhängig von der Person, was diese Person im Moment vorhat. Hat die Person vor, zum Beispiel Muskelmasse aufzubauen, hat ein normales Gewicht, vielleicht sogar tendiert ein leichtes Untergewicht, kommt dazu noch aus einem Berufsbild, das körperlich anstrengend ist, benötigt diese natürlich mehr Energielieferanten in Form von Kohlenhydraten, wie derjenige, der jetzt zum Beispiel sagt, ne, ich habe nicht vor Muskeln aufzubauen, ich habe eher vor Fett abzubauen, der wiederum benötigt natürlich von diesen Kohlenhydraten weniger. Somit stimmt es nicht, dass automatisch die Low-Carb-Ernährung eine Ernährung ist mit ganz, ganz wenig Kohlenhydraten. Das kommt immer darauf an, welche Person diese Ernährungsweise ausführt. Was für den einen Low-Carb ist, was die Menge anbetrifft, kann für den anderen schon High-Carb sein, weil jeder Mensch einen unterschiedlichen Bedarf hat. Und diesen unterschiedlichen Bedarf sollte man berücksichtigen. Die Thematik Low-Carb, High-Carb ist natürlich immer wieder kontrovers zerstritten, weil einerseits, klar, stehen die, die Low-Carb-Ernährungsweise praktizieren, das sind meistens Menschen, die eben einen etwas langsameren Stoffwechsel haben, die vielleicht beruflich sitzentätig sind, die einfach nicht diesen hohen Bedarf an Kohlenhydraten haben und auf ihrem Standpunkt sagen, es tut mir gut, da sehe ich wesentlich besser damit aus, da fühle ich mich wohler. Dann gibt es wieder die High-Carb-Fraktion. Das sind oftmals auch Menschen, die entsprechend noch relativ jung sind, die natürlich auch einen höheren Energiebedarf haben und den können diese natürlich auch über High-Carb decken, über eine große Menge Kohlenhydrate, auch zum großen Anteil über Süßigkeiten. Warum? Weil der Stoffwechsel, die Umsetzrate, das heißt, die Menschen, die essen und verbrennen relativ schnell, relativ viel diese Energielieferanten und somit sieht man sie nicht im Spiegel und somit haben die natürlich ganz klar einen Standpunkt und sagen, ja klar, die High-Carb-Ernährung ist die beste, weil ich fühle mich wohl damit. Das ist auch so nicht richtig, sondern auch diese Personen sollten darauf achten, dass sie natürlich ihre Kohlenhydrate in Form von glykämisch niedrigster Last zuführen, in Form von ursprünglichen Kohlenhydraten und so wenig wie möglich raffinerierte und so wenig wie möglich industrialisierte, aus einem ganz einfachen Grund, weil ein zu hoher Blutzuckerspiegel nach dem Essen bestimmt nicht leistungsfähig ist und natürlich auch bestimmt nicht auf Dauer gesundheitsförderlich. Ich möchte auf die Gesundheitsaktion hier nur ganz kurz eingehen. Man sieht ja, was in den letzten 30, 40, 50 Jahren eben im Bereich dieser zu vielen, in zu hohe glykämische Last zugeführten Kohlenhydraten passiert. Die Anzahl der Diabetiker, die Anzahl der Zuckerkrankten steigt stetig an. Länder, die erst vor kurzem in Berührung gekommen sind mit dieser Art von Kohlenhydraten, weisen auf einmal Krankheitsbilder auf, die es davor nicht gab. Da sollte man sich Gedanken darüber machen, warum das so ist. Deswegen ist meine Empfehlung ganz klar, auf jeden Fall, Kohlenhydrate werden benötigt. Die Frage ist, wie viel Kohlenhydrate benötigen wir tatsächlich pro Person? Und die Frage ist, benötigen wir tatsächlich Kohlenhydrate mit chemisch höchster Last? Dazu natürlich ganz klar von mir eine Antwort. Wir benötigen sie nicht. Wir benötigen sie definitiv nicht. Man darf nie vergessen, dass Kohlenhydrate eigentlich überhaupt kein essenzieller Lebensmittel ist, kein essenzielles Nährmittel ist, Lebensmittel. Sondern Fette und Proteine sind essentiell. Kohlenhydrate sind nicht essentiell. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass wir keine benötigen. Das heißt nur, dass die Kohlenhydrate eigentlich an letzter Stelle kommen. Und genau darüber sollte man sich Gedanken machen. Und wenn wir Kohlenhydrate essen, wie schon erwähnt, sollten sie zu natürlichem Möglichen sein, zu ursprungsnahem Möglichen. Und dann weisen diese Art von Energielieferanten an wenigsten Probleme auf. Für jeden, der natürlich auch mal Süßigkeiten benötigt, für jeden, der auch mal gerne Nutella isst und auch mal gerne Lutscher, der kann das ja auch gerne machen. Aber man soll das alles in gewissen Maßen betreiben und nicht übertreiben. Und wer einen Trägenstoffwechsel hat, von Natur aus, einfach darauf achten muss, dass bei ihm eben diese Art von Energielieferanten nicht zu schnell auf die Hüfte getragen werden und auch mal gern Süßigkeiten isst, der kann natürlich, wenn er in der Aufbauphase ist, auch mal vor einem Training oder auch unmittelbar nach dem Training, kann er mal Schokolade essen. Weil da ist der Garante für da, dass durch die, erstens, wenn man es davor ist, durch die körperliche Aktivität danach, durch das anaerobe Training, natürlich auch diese Zuckereinheiten verarbeitet werden und unmittelbar nach dem Training werden die Lykogen-Speicher, wenn ich in der Aufbauphase bin, dann ist er vorhin aufgefüllt und natürlich auch durch den hohen Nachbrennstoffwechsel, durch die hohe Intensität des Trainings, wird auch diese Art von Kohlenrate wieder verarbeitet und somit haben wir sie nicht auf die Hüfte hängen. Andersrum, wenn ich wieder nachzudenken, eben dann, wenn ich mich nicht körperlich betätige, wenn ich nicht aktiv bin und ich führe dann zu viel Energielast in Form von Koetra, mit chemischer Last zu, mit hohen Blutzuckerspiegeln nach, das führt in der Regel zu Problemen. Und genau deswegen ist es immer ganz gut, wenn man keine pauschale Aussage trifft und keine pauschale, das ist gut, das ist schlecht, das ist immer Typ-Person und Typ-bezogen und Person-bezogen. Das war es schon, Andreas Trienbacher, Pörsel-Trainer aus Karlswood zum Thema Low Carb, High Carb, was auch immer. Es sollte personenbezogen sein, bedarfsgerecht und artgerecht sowieso. Das war es schon, bis dann, bye bye.